Moin moin und herzlich willkommen auf den Kanal TungelTV. In den letzten Streams wurde ich zahlreich angesprochen, wie ich denn meine Facecam gemacht habe. Und heute möchte ich euch diese kostenfrei die Dateien zur Verfügung stellen, so dass ihr diese auch für euch verwenden könnt. Und es wird ein kleines Tutorial in OBS Studio geben, wie ihr diese denn perfekt anlegt. Also dann, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's! Wie geht's? Wenn ihr das Layout seht und dann ist hier drunter eben die ZIP-Datei zum Downloaden. Den klickt ihr einmal an und der Download wird starten. Wenn der Download abgeschlossen ist, werdet ihr einen Ordner, den sich Facecam nennt, vorfinden. Und hier habt ihr dann einmal zwei verschiedene Ausführungen. Ihr habt einmal eine schwarze und eine weiße Ausführung mit verschiedenen Glow-Effekten und Farben. Und hier habt ihr einmal die schlichte, das weiße Layout ohne irgendeinen Glow-Effekt. Und hier habt ihr die benötigte Maske, die ihr unter eure Webcam setzen müsst. Jetzt befinden wir uns in OBS Studio. Und hier haben wir einmal die Quellen. Hier wollen wir jetzt mit dem Plus eine Webcam, ein Videoaufnahmegerät, als erstes hinzufügen. Dort klicken wir also einmal drauf. Wenn ihr eine Webcam für euch schon konfiguriert habt, könnt ihr natürlich auch eure Webcam einfach nehmen. Ansonsten klickt ihr hier auf Neu erstellen. Ihr könnt das Ganze benennen. Ich will es auch von Neu auf einstellen für euch. Das heißt, wir nehmen einmal eine Test-Webcam. Da klicken wir auf OK. Jetzt haben wir hier das Gerät, welches wir auswählen wollen. Und ich möchte die Logitech C29 bei mir einmal haben. Jetzt seht ihr auch schon, das Bild ist direkt drin. Ich werde jetzt als nächstes noch einmal die Auflösung ändern. Ich habe meine Webcam immer auf 1920 zu 1080p gehabt. Und daran eben auch das Facecam-Layout eben angepasst. Jetzt klicken wir auf OK. Und wir sehen uns. Jetzt sind wir sichtbar. Als nächstes wollen wir hier bei der Test-Webcam einen Filter drüber setzen. Also wir klicken mit Rechtsklick drauf. Klicken hier auf Filter. Anschließend klicken wir hier unten bei den Effektfiltern aufs Plus. Und wir wollen eine Bildmaske-Vermischung einfügen. Klicken wir einfach wieder auf OK. Und jetzt müssen wir die Bildmaske, die Facecam-Maske einfügen. Das heißt, wir klicken auf Durchsuchen. Ihr geht in euren Facecam-Ordner und wählt die Facecam-Maske aus. Die öffnen wir. Anschließend müssen wir hier den Farbkanal von der Alpha-Maske einmal ändern. Denn wir wollen die Alpha-Maske den Alpha-Kanal haben. Jetzt klicken wir auf Schließen und es ist aktualisiert. Jetzt haben wir unsere passende Form. Als nächstes wollen wir hier mit dem Plus einmal ein Bild einfügen. Das Bild ist jetzt zum Beispiel unsere Test-Facecam. OK. Und hier können wir jetzt die Bilddatei einfügen. Je nachdem, welche ihr jetzt haben wollt, könnt ihr natürlich die aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal eine schwarze und nehme die mit dem blauen Hintergrund. Aber hier könnt ihr natürlich für euch individuell das anpassen. Dann klickt ihr auf Öffnen und ihr seht, eure Facecam ist direkt hier drin. Wir klicken einmal auf OK. Jetzt werden wir dieses einmal locken, weil ihr seht, es passt schon perfekt. Falls es bei euch mit der Webcam nicht direkt passen sollte, könnt ihr diese zum Beispiel aber auch anpassen. Ihr könnt die zum einen eben mit Drag & Drop verschieben. Aber wenn das jetzt vielleicht nicht ganz genau ist, ihr kriegt es einfach nicht exakt hin. Dann habt ihr auch die Möglichkeit mit den Pfeiltasten hier Pixel für Pixel das Ganze optimal anzupassen. Wenn ihr das optimal habt, dann klickt ihr hier einmal auf Schließen. Jetzt empfehle ich euch noch eine Gruppe hinzuzufügen. Sprich, wir wollen hier unten einmal eine Gruppe erstellen. Und hier könnt ihr sowohl die Facecam wie auch die Webcam einfügen. Und wenn ihr jetzt die Gruppe offen habt und das jetzt verschieben wollt, dann verschiebt ihr beides gleichzeitig. Ihr könnt natürlich die jetzt auch hier mit den Pfeilen ein bisschen anpassen und kleiner machen. Und da seid ihr dann eben für euch selber ganz flexibel. Wenn ihr zufrieden seid, könnt ihr das Ganze einfach locken. Ihr solltet auf jeden Fall noch einmal aufpassen, dass ihr bei den Quellen die Reihenfolge richtig habt. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel die Webcam über die Facecam schiebt, dann ist die Webcam erstmal über der Facecam. Theoretisch könnte man jetzt gucken, ob man es noch anpassen will. Falls man das Ding blau leuchtende eben nur außen haben möchte, ist das eine gute Alternative. Ansonsten empfehle ich euch aber die Webcam unter die Facecam zu setzen. Denn dann ist die Facecam in der Priorität höher und liegt direkt über der Webcam. Im nächsten Video werde ich euch jetzt noch einmal zeigen, wie ihr dieses Layout mit Gimp kostenfrei selber erstellen könnt. Und genauso auch so eine Bildmaske, sodass ihr eure einzigartige Maske selber machen könnt. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, sodass ihr das nächste Video nicht verpasst, wenn ihr selber an eurem eigenen Layout arbeiten möchtet. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch viel Spaß beim Streamen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.